Während diesen Stimmpausen, was ich da gibt, erzähle, ich hab dann abgelehnt und hab gesagt, da sind irgendwie die ganzen Leute draußen, bevor wir irgendwie zum Ende unseres Konzert kommen, deswegen nächster Song mit Prolo-Elementen. Ja, kennt ihr das? Wisst ihr, was das ist? Sieht man das? Der Heizungsschalter. Ja, das ist ein Heizungsschalter aus dem Prolo-Polo. Es gab mal ein wunderschönes altes Auto, in dem ich viele Kilometer fahren durfte und es ist leider jetzt in die übrigen Jahrgründe eingegangen, aber diese Heizungs-Lüftungsregler ist noch übrig geblieben davon. Und falls ihr das zufällig gesehen habt, gibt es auch so ein kleines Video aus diesem Auto, bei YouTube und so Zeugs. Hat leider nicht den Tourbus gepasst, deswegen bin ich das hier. Das war der Witze, und keiner hat gelacht, verdammt. Achtsch, der hier. Haha. Hahaha. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh-oh-oh-oh-oh Sometimes I'm afraid of a ghost Sometimes I'm not in the dark Where could we fall apart Ooh, we never know Oh, we never know Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.